Es ist wieder soweit, wir veranstalten unseren Workshop 2023. Fünf Tage live hier in Dubai. Zwei Tage Theorie, drei Tage Praxis und wir möchten, dass du dabei bist. Wir haben noch genau zehn Tickets übrig von 25 handverlesenen Investoren, die wir hier einladen, die mir diesen ganzen Markt hier mal so ein bisschen erklären. Mal schauen, wie funktioniert das hier alles. Ist Burj Khalifa wirklich so geil oder geht es irgendwo anders? Wir schauen uns alle Bauträger an, wir schauen uns alle Regionen an. Wir verbringen fünf volle Tage gemeinsam. Also wie gesagt, zwei Tage Theorie, indem du das ganze Immobilienwissen zur Hand bekommst von mir und meinem gesamten Team. Auch natürlich Mariam Al-Serafi, unsere Anwältin, die über das Thema Gesellschaftsstrukturen, Visa, Firmengründung etc. redet. Natürlich bekommst du das ganze Immobilienwissen von mir vermittelt und von meinem Team. Natürlich bekommst du auch noch das Wissen, wie es mit Airbnb Vermietung. Wir haben da einen Gastredner dabei, der professionell Airbnb vermietet und hier über 60 Wohnungen auch selbst managt. Der hat auch ein paar coole Shares, die er mit euch teilen möchte. Zudem haben wir Dirk Reuter, Raul Blickert und Andreas Sander. Drei Top-Experten, die du kennenlernen wirst. Die werden uns beim Binnen joinen, die kannst du ausfragen. Dirk wird darüber ein bisschen reden, was für Menschen gerade hierher ziehen, warum bestimmte Menschen von einer bestimmten Klientel auch gerade massiv nach Dubai ziehen. Raul Blickert erzählt ein bisschen über seine Strategie, die er fährt, denn er kauft Prime Units in der A-Lage und upgradet die. Und Andreas Sander erzählt ein bisschen seine Story, in der ich kein unwesentlicher Teil war und auch sehr, sehr stolz darauf bin, denn er, Unternehmer mit 350 Mitarbeitern, mit einer Familie mit zwei Kids, zieht hier wirklich mit Sack und Pack nach Dubai. Und die Story ist extrem interessant für viele zu hören. Das und vieles, vieles mehr. Drei Tage voller Action, jeden Abend ein schönes Restaurant in einer geilen Location, unter anderem auch Nearby hier. Ich möchte nicht zu viel verraten, denn wir werden viele kleine Überraschungen auch vorbehalten. Natürlich auch eine kleine Abschiedsparty, eine kleine Yachtparty. Das vielleicht kann man schon mal vorneweg sagen. Und das alles für 4.999 Euro. Flugexklusive, natürlich. Und wir sorgen dann hier für das Rundrum-Sorglos-Paket. Und ich kann euch nur eins spoilern. Die Teilnehmer, die das letzte Mal dabei waren, die wollten mir danach noch Geld zustecken. Und sagen, Daniel, das war doch, du hast viel zu viel gemacht. Wie kann das sein, dass wir überall diese geilen Orte gesehen haben, geil versorgt wurden und nur so wenig dafür bezahlt haben. Deshalb, das ist das Feeling, das wir auch dieses Jahr wieder mit euch kreieren werden. Wir sind im SLS Hotel, einem der geilsten 5-Sterne-Hotels hier in Town. Und ich freue mich, dir diesen crazy, hochinteressanten, alle haben ihn gerade auf dem Schirmmarkt, aus meinem Blickwinkel vollzustellen, mit meiner Expertise aus 10 Jahren Erfahrung hier im Immobilienbusiness, in dieser Wahnsinnsstadt, die ich mein Zuhause nenne. Und das ich dir gerne zeigen möchte, in 5 vollen Tagen, von 10. bis 14. April. Rock'n'Roll, jetzt anmelden.